Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Might & Magic 2 Gates to Another World. Das Spiel ist aus dem Jahre 1988 und damit das älteste Spiel, was ich je gespielt habe, beziehungsweise ich habe es ja noch nicht gespielt, also das älteste Spiel, was ich in absehbarer Zeit jetzt zuerst mal spielen werde. Und ja, natürlich wieder von New World Computing. Und in Europa wurde es dann von Elite Systems vertrieben. Und wir werden die SNES-Version spielen, denn die gibt es auch auf Deutsch. Ich habe lange Zeit gedacht, ich könnte diesen Teil nie mit euch erleben, weil es die DOS-Version nur auf Englisch gibt. Oder zumindest habe ich sie nicht auf Deutsch gefunden, keine Ahnung. Jedenfalls hat die SNES-Version auch eine schönere Grafik, weil SNES damals dem PC noch weit voraus war von der Grafik her, weil es ja auch für Spiele entwickelt wurde. So, das Spiel drängelt jetzt ein bisschen. Wir ignorieren es zuerst mal. Ich möchte euch schon mal zeigen, was es kann. Aber wir wollen zuerst mal noch einen Blick auf die Geschichte werfen, warum wir hier sind und was gerade vorher passiert ist. In Might & Magic 1 spielt man auf der Welt Waren und dort geht man wohl durch irgendwelche Tore zu dieser Welt. Daher wohl auch der Titel vom Spiel. Und wir werden hier auf der Welt Kron spielen. Kron ist ähnlich entstanden wie Terra aus Might & Magic 3, nämlich dass sich die Lords der Elemente in die Haare gekriegt haben. So, und genauso wie in Might & Magic 3, die kriegen sich in die Haare und irgendwie entstehenden Planeten und auch ein Kontinent und das ist Kron. So, und dann kommen dann irgendwann die Menschen und sonstige Bewohner dieser neuen Welt und irgendwann stellen die Herrn Lords fest, oh, da sind ja noch welche und das passt uns gar nicht. Und besonders der Lord der Erde hat was gegen das, was da jetzt auf ihm rumkreucht und fleucht. Und möchte die natürlich vernichten. Und die größten Magier der Geschichte werden sich zusammenschließen. Die produzieren die Kugel der Macht und vier Krallen, um sich gegen die Lords zur Wehr zu setzen. Aber sie sind nicht so richtig fertig geworden und als Krallkor der Erdenlord angreift, tötet er alle Magier bis auf einen, den bisschen eigentlich nur unerfahrenen Kalon. Aber Kalon schafft es dann doch, sich gegen die Lords zur Wehr zu setzen. Ja gut, die haben so doll gekämpft, dass eine Todeszone entsteht. Aber immerhin schafft er es, die Herrn Lords in die vier Ecken der Welt zurückzudrängen, abgesichert durch diese Krallen. Und diese Kugel der Macht behält er für sich. Darf dann auch König werden. Aber der Erdenlord gibt einfach nicht auf. Er schafft einen Drachen. Und dieser Drache schafft es, unseren lieben Kalon zu töten. Aber bevor Kalon stirbt, hat er noch einen Wasserspruch gesprochen. Und ja, in dem Wasser ertrinkt dann der Drache. Und die Welt hat jetzt statt einer schönen Wiese, hat sie jetzt noch einen Sumpf mehr. Und da soll irgendwo auch noch diese Kugel der Macht rumliegen. Genau, das weiß man da noch nicht. Und nach ihm steigt dann seine Tochter, Prinzessin Lamada, auf den Thron. So, soviel zur Vorgeschichte. Ich gehe mal davon aus, dass wir diese Kugel der Macht finden müssen und da endgültig mal aufräumen müssen. Aber jetzt gehen wir uns erst mal die Heldengruppe ansehen. So. Genau, wir gehen zuerst mal zur Stadt. Dort habe ich schon mal unsere Helden zusammengestellt, denn das funktioniert einfach Zufallszahlen. Also man kann so lange würfeln und dann werden dann Ausdauer, Persönlichkeit, Intelligenz, so die üblichen Werte von Might and Magic werden ausgewürfelt. Man kann dann nicht irgendwie die Werte mal rumtauschen oder irgendwie so ein bisschen was verändern. Nein, das geht nicht. Ich habe da sehr lange dran gesessen, bis ich dann eine sinnvolle Gruppe zusammen hatte, die von den Werten ungefähr Sinn macht. Also nicht wundern, wenn hier irgendjemand irgendwelche Werte hoch hat, die ihm eigentlich nichts bringen. Ich habe einfach das Beste genommen, was der RNG mir gegeben hat. So, und dann müssen wir jetzt schauen. Also einige der Namen werden euch vielleicht bekannt vorkommen. So, wir gehen mal auf Auswählen. So, zuerst gibt es halt diese Standardcharaktere, die das Spiel schon dabei hat. Mit denen werden wir nicht spielen. So, wir werden an erster Stelle stellen wir unseren Paladin Multicanus. Das Spiel hat die Klassen gemeint, ja, die Klassen müssen vorne stehen, die Klassen müssen in der Mitte stehen und die Klassen müssen hinten stehen. Und deswegen machen wir das jetzt auch so. So, der Paladin Multicanus kommt nach vorne. Dann kommt meine Wenigkeit als Ritterin. Danach kommt schon die Klerikerin. Was? Die kennen wir schon aus Might and Magic 7. Die Dame hat sich da gut durchgesetzt, deswegen nehmen wir die nochmal mit. Natürlich andere Werte und so weiter, aber einfach, ja, ich habe einen Namen gesucht. Und dann nehmen wir noch den Weidläufer Filias mit, der zusammen mit Multicanus gerne mal nette Kommentare bei mir hinterlässt. Und dann kommt der Magier Bat, auch eine hohe Persönlichkeit aus meinem Let's Play von Might and Magic 7. Ein ziemlich durchgeknallter, ziemlich böser Magier. Und Multicanus hat so ihn ein bisschen unter seine Fittiche genommen und ich hoffe, dass er das dann in Form von einem Paladin in diesem Let's Play auch schaffen wird, den bösen Bat etwas zu drosseln. So, und dann nehmen wir noch den lieben Robert mit, der auch schon nette Kommentare bei mir hinterlassen hat. Er wird der Dieb sein und somit auch wohl für das Truhen öffnen, was auch immer, zuständig sein. Weh dir, du springst mir die Kuppe in die Luft. So, dann haben wir die Charaktere mal zusammengesucht und dann gehen wir mal ins Spiel rein. Nein, ich bin total aufgeregt. So, dann schauen wir mal. Ja, Bat hat halt ziemlich wenig Lebenspunkte, aber ja, er ist ja auch ein Magier und in Might and Magic 7 war auch ständig bewusstlos, aber ich habe das Spiel trotzdem geschafft. Keine Panik. Ja, den Korak kennen wir eigentlich schon aus Might and Magic. Ich glaube, in 3 hat er keine Rolle gespielt, aber aus Might and Magic 4 und 5, also World of Xen, kennen wir ihn eigentlich, weil ich eigentlich dachte, dass er zu der Zeit noch lebt, aber okay, er scheint ja tot zu sein. So, dann sind wir hier irgendwie von der Tür. Ah, wir sind in der Kneipe. Okay, viele Might and Magic-Teile beginnen in der Kneipe. Ein fröhlicher Gastwirt winkt mit seinem Schreiber und fragt, wollt ihr Zimmer? Nein, wir wollen uns das mal umsehen, aber danke. Ich komme später noch mal auf dich zurück. Ich mag gerade schauen, ob es hier irgendwie noch Gerüchte abzugreifen gibt, weil bei ihm hatten wir jetzt ja die Option nicht. Schade. Weil wir müssen ja zuerst mal rausfinden, was wir hier überhaupt genau tun sollen und vor allen Dingen, welche Rolle wir in dem Ganzen spielen. Genau, wir sind in der Stadt Middlegate und schauen uns hier mal um. Also irgendwie muss es hier auch die übliche Minimap geben, aber da müssen wir wahrscheinlich zuerst mal wie in Might and Magic 3 den Spruch finden. So, auf der Tür steht S.J. Schmied. Dann wird da wahrscheinlich auch ein Schmied drin sein. Bevor wir jetzt hier weitergehen, möchte ich zuerst mal im Menü gucken. Da gibt es eine Kartenoption, was man da wirklich sieht. Aha, wir sehen eine Karte, wir sehen, wo wir sind. Und das ist ein Traum. So ein altes Spiel und hat trotzdem eine Karte. Sicheln. Dann gehen wir da wieder raus. Dann fühle ich mich jetzt direkt viel sicherer. Und nein, das war der falsche Knopf. Ich muss mich noch an die Knöpfe gewöhnen. B zum Beenden. Das ist der Finger. So, ich habe jetzt erst kurz überlegt, mit Controller zu spielen. Aber nein. So, dann... Nee, zum Schmied möchte ich jetzt zuerst mal nicht rein. Ich muss mal wissen, was wir irgendwie noch gratis abgreifen können. Und was wir überhaupt hier zu tun haben. Wir schauen uns zuerst mal ein bisschen um, bevor wir in Versuchung geraten, Geld auszugeben. Ich laufe auch mal die Ecken ab, denn bei so alten Spielen sieht man oft nicht, da ist geschlossen, wo halt wirklich was ist. Dann geht man dann auf... Ist auch geschlossen. auf irgendein Feld drauf und da steht dann plötzlich, ja, hier ist das und das und du denkst, okay, im Spiel habe ich nichts gesehen. Das ist mir bei Lord of the Rings sehr häufig passiert. Okay, meint ihr das ernst? Ja, man sieht halt niemanden, dass nichts redet zu einem, aber scheinbar... Ja, gegen die Wand kann man auch rennen. Okay, vielleicht müssen wir mit Lord of the Rings irgendwie eine Freundschaft schließen oder sie ist einfach ein Charakter, mit dem man sich nicht unterhalten sollte. Ich glaube, ich glaube, ich habe mich jetzt schon verlaufen, aber egal. Portal des armen Mannes. Ein Pfadfinder steht vor einem Energiefeld und bietet sofort Reisen nach Sansoba für 10 Gold an Reisen. Nein. Also man kann zwischen den Städten hin und her reisen, ähnlich diesen Spiegeln, die wir aus Might and Magic 3 bis 5 kennen. Ähm, nur, dass man hier halt Geld bezahlen muss und vorher hat man ja immer irgendwelche Stichwörter gehabt, wo man dann hinreisen musste. So, auf der Tür steht Schlüssel und Schloss GmbH. Klingt interessant. Das grüne Glühen eines alten Schlüssels erregt eure Aufmerksamkeit. Wollt ihr ihn für 500 Gold haben? Äh, wir sollten vielleicht mal schauen, was wir grundsätzlich an Barschaft haben. Ähm. Ansehen. So, wir schauen mal meine Wenigkeit an. Ui, ich habe einen großen Stock. So, Gold habe ich 200. Die Klerikerin hat einen Totschläger. Das klingt schon mal gefährlicher. Ähm, auch 200 Gold oder ist das unser gesamtes Gold? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. So, Felias hat eine Axt, was für ein Schützen eher, naja, ist. Da kann man wohl auch noch verbessern. Ähm. So, dann hat unser Dieb hat einen Langdolch. Das macht sogar Sinn. Und der Paladin rennt mit einem Knüppel in der Gegend rum. Der Zauberer hat einen Dolch. Ja. Und da wären wir schon durch. Okay, äh, diese Taste, um wieder rauszukommen. Sehr schön. Dann haben wir das auch geklärt. Also so viel Geld werden wir jetzt dann zuerst mal nicht ausgeben. Genau. Die 500 gehen wir nicht aus, also gehen wir hier wieder raus. Moment, ich habe nicht gelesen, was da steht. Ein Waldläufer bringt euch das Pfadfinden für nur 2000 Gold bei Lernen. Das ist dann wahrscheinlich genauso, wie wir das auch schon kennen aus den etwas späteren Teilen, dass man den Waldläufer braucht, um durch den Wald durchlaufen zu können. Also da werden wir wahrscheinlich zwei Personen brauchen, die das können. Hier ist schon mal nix. Wer bist denn du? Der Zauberer gähnt. Freunde, für nur 20 Gold kann ich euch in die Magiergilde eintragen. Zahlen. Ja, das machen wir auf jeden Fall schon mal. Denn wir wissen ja, dass man immer muss Gildenmitglied sein. Edmunds Expedition, um halt sich Brüche kaufen zu können. So, Sir Edmund Hillary bringt euch Bergsteigen für nur 2000 Gold bei Zahlen. Nein, so viel haben wir auch nicht. Das ist dann auch, um dann wirkliche Gebirge überlaufen zu können. Gibt es ja eigentlich sonst noch irgendwas? Nee. Da müssen wir dann wahrscheinlich auch zwei Leute ausbilden, erfahrungsgemäß. Nee, Pfadfinder waren wir schon. Schlüssel und Schloss GmbH waren wir auch. Jetzt bin ich so froh, wenn wir die Minimap haben. Middlegate Inn waren wir auch. Dann gehen wir mal in die Richtung. Das ist das, was ich gemeint habe. Vom Brunnen der Weißsagung dringend? Ja oder nein? Seht ihr den Brunnen? Ich auch nicht. Gut. Aber Brunnen der Weißsagung. Ja, ich denke mal, da trinken wir von. Oh, und wir haben eine Minimap. Ich liebe diesen Brunnen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn jetzt schon. Ich liebe ihn jetzt schon. Sehr schön. Schade, dass dann direkt alles aufgedeckt wird und nicht nur das aufgedeckt ist, wo wir schon waren. Ähm, aber egal. Der Zauberer Nordon fragt, wollt ihr mir einen Dienst erweisen? Wenn du uns eine Quest geben möchtest, wäre ich da sogar sehr begeistert von. Zahlreiche Belohnungen gehören euch, wenn ihr einen der magischen goldenen Pokale findet, die von Goblins aus der Höhle unter uns gestohlen wurden. Das klingt absolut machbar. Und es ist ja, ja, Might and Magic Tradition, dass man es erst mal im Keller beginnt von der Stadt. Zumindest in den frühen Teilen. Okay, wir haben eine Quest. Wir haben eine Quest. Wir sollen eine Kälte finden. Ups. Was stand da? Die Tür steht Skelettschrank. Bitte was? Okay, können wir da irgendwie rein? Moment mal, wir machen mal. Wir könnten die halt einschlagen. Tauschen, verlassen. Mit Schutz sehen wir unsere Buffs. Karte hatten wir Verzögerung. Habe ich nicht so ganz verstanden, was das soll. Verhalten ist, wie wir uns fortbewegen. Also ob wir vorsichtig gehen, normal gehen, aggressiv oder todesmutig voranschreiten. Das lassen wir mal so. So, ansehen ist ja unsere Charaktere. Schauen. Was war öffnen? Achso, öffnen ist dann wahrscheinlich einbrechen. Okay, Robert, unser Herr Dieb. Er war erfolgreich. War das gut? Können wir da jetzt rein? Ich weiß nicht, ob das so gut war. Wir sind x plus 10 Skelette und wir sind sechs Leute. Können wir flüchten? Ja, können wir. Gut, in den Skelettschrank gehen wir dann vielleicht später. Also man hat nur ein Skelett gesehen, aber da war definitiv mehr. Hä? Achso. Man wird nach einer Flucht zu einer sicheren Position zurückgebracht. Macht ja auch irgendwo Sinn. Deswegen war ich jetzt kurz desorientiert. Aber ja, da waren wir gerade drin. Da war der Skelettschrank drin. Treppe nach unten runter? Fragezeichen. Ah, dann geht es da in den Keller, auch wenn man nicht sieht, dass da was ist. Gut zu wissen. Aber zuerst sollten wir uns mal rudimentär Rüstung zulegen und es ist schon Nacht. Weil bisher haben wir nur so ein bisschen Waffen in der Hand. Der Tür steht Tokovs Training. Das wird dann wahrscheinlich das übliche Trainerzeug sein. Ein Page versucht Rüstung mit Hilfe von Sand zu reinigen, während Junker mit Holzstöcken kämpfen. Wollt ihr trainieren? Wollen ja, aber können wahrscheinlich nicht. Weil wir haben ja noch nichts gemacht. Das braucht noch seine Zeit. So, waren wir hier schon? Gehirnentgiftung. Reiner. Der Spezialist für Gehirnentgiftung nimmt einen Charakter. Alle sekundären Talente aus dem Kopf. Nur 100 Gold zahlen. Ah, okay. Macht Sinn. Denn wir können in diesem Teil können wir nicht von diesen Fertigkeiten wie Pfadfinder und Bergsteiger und was auch immer viele Fertigkeiten lernen, sondern immer nur zwei. Ich glaube, vorher waren das immer mehr. Deswegen, da kann man dann wohl... Das Ganze löcheln. Ein Grabelfiech, Blutsauger, drei Bettler, Gierhals und ein Krüppel wahrscheinlich. Da fehlt das Ü. Äh, Flucht? Danke, Spiel. Für deine Einsicht. Man sollte hier nicht einfach in jede Tür reinmarschieren. Okay, Tukovskretraining, da waren wir gerade. So, was gibt es hier sonst noch? Achso, die Gehirnentgiftung waren wir gerade. Ähm. Ich glaube, wir gehen zuerst mal Rüstung kaufen. Wenn ich wieder finde, wo das ist. Mal Poltergeist, Goblin, Gierhals, Kobold. Äh, Flucht. Danke, Spiel. So, der Schmied war doch irgendwo in der Nähe vom Gasthaus. Schmied. Rein da. Schmieds, Wendegard formt gerade ein tödliches Schwert. Habt ihr Interesse, seine Arbeiten zu sehen? Ja, wenn der auch Rüstungen hat. Es gibt es sogar heute im Angebot. Stab plus eins, Siche plus eins, Sense, Pfeife, Schleuder, Armbrust. Ähm. Habe ich das jetzt gekauft? Schitte, ich habe die falsche Taste gedrückt. Was habe ich denn jetzt gekauft? Kacke. Entschuldigung. Was habe ich denn jetzt gekauft? Spiel. War es sinnvoll? Ähm. Ansehen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe eine Sichel gekauft. Ähm. Moment. Jetzt muss ich kurz ausprobieren, wie wir hier anlegen, sammeln, ablegen, teilen, handeln, benutzen, Name. Die Name ist, glaube ich, den Charakter umbenennen, oder? Oder war das dann der Name des Gegenstandes? Ne, wir wollen uns nicht umbenennen. So schlimm ist es nicht. So, nochmal Menü. Weglegen, anlegen, sammeln, ablegen, teilen. Gibt es hier auch irgendwas wie identifizieren? Neue Spiele muss man sich zuerst mal reinfinden. So, ja, wir möchten uns dann Zeug ansehen. Ach, er hat auch identifizieren. Was aber auch 100 kostet. Aber es ist eine Sichel plus 1. Also, falls der Ritter das tragen kann, werden wir ihm das mal anziehen. Plus 1 klingt immer super. Weil ich nicht weiß, wie gut Sicheln an sich sind. Aber okay. Aufpassen, bevor man hier irgendwas drückt. So, das waren aber die Angebote. Eher hätte ich jetzt zuerst mal gerne Rüstungen. Wenn mal waren beim Angebot Rüstungen dabei? Ne, waren sie nicht. Also, die Sicheln kann man auch mehrmals kaufen. Ach man. So, aber Rüstungen. So, es gibt kleiner Schild. Polsterrüstung, Lederrüstung, Schuppenrüstung, Ringpanzer und Helme. Ich habe keine Ahnung, wie viel Rüstungsklasse die geben. Aber Helme sind zuerst mal günstig. Und die sollte auch jeder tragen können. So, jetzt habe ich einen gekauft. Zwei gekauft. Dann können wir unsere Frontkämpfer schon mal ausrüsten. Dann... Ah, wir haben 1060. Okay, alles klar. Ich habe jetzt alles Gold auf meinen Charakter zusammengezogen. So, dann... Ich weiß nicht, wie viel Schaden die hinteren Ränge abbekommen. Ich denke mal, dass die... Klerikerin wird vielleicht was schwereres tragen können. Aber der Magier wird wahrscheinlich nur eine Polsterrüstung tragen können. Die kaufen wir ihm mal. So, dann... Ich weiß nicht, wie weit wir sterben, wie viel Reserven an Gold wir noch nehmen sollten. Ja, dann kaufen wir für die letzte Reihe noch eine zweite Polsterrüstung. Und... Für die mittleren kaufen wir zwei... Keine zweite Lederrüstung, weil der Rucksack voll ist. Dann sammeln wir alles Goldmann auf der Klerikerin. Gehen mit ihr wieder in Rüstung. Kaufen mit ihr die zweite Lederrüstung. Und dann kaufen wir noch zwei Schuppenbrüstungen für die Herren an der Front. So, und jetzt müssen wir das irgendwie verteilt bekommen. Aber das kriegen wir hin. Vielleicht wäre es geschickter gewesen, mit den Leuten, die es anziehen, das zu kaufen. Aber hinterher ist man immer schlauer. So, ansehen. Wir sehen unsere Ritterin an. Moment. Dann müssen wir dann in das Menü. Sonst machen wir anlegen. Sie soll die Sichel anlegen. Waffe schon vorhanden. Dann müssen wir uns erstmal ablegen. Nichts wegwerfen. Weglegen. Ablegen. So, ablegen. Großer Stock. Kein Platz im Rucksack. Sehr schön. Fängt ja gut an. Dann machen wir handeln. Wir möchten ein Ding handeln. Und zwar gib mal die Polsterrüstung an unseren Magier Bud. Und mit Bud in der letzten Reihe steht doch, glaube ich, Philias der Schütze. Nee, Robert, der Dieb. Warum auch immer das Spiel Robert in der letzten Reihe haben möchte. Müssen wir mal schauen, ob das überhaupt Sinn macht. Äh, gut. Wieder Finger richtig auf die Tastatur legen, sonst passieren wieder Unglücke. Äh, jetzt lassen wir mal kurz die Gedanken sammeln. So, jetzt können wir aber das Ablegen machen. Großer Stock. Und anlegen. Sichel plus eins. Auch wenn man das hier nicht mehr sieht. So, des Weiteren möchte ich, dass die Ritterin Helm anlegt. Jetzt haben wir natürlich die schwereren Rüstungen mit jemand anderem gekauft. Also machen wir nochmal Handeln. Ding. Gehen wir mal den Helm an Multicanus. Der steht neben mir in der ersten Reihe. So, und dann machen wir nochmal Handeln. Ding. Lederrüstung geht dann an die zweite Reihe. Zum Beispiel an Klerikerin Was. So, und die Polsterrüstung geht dann an den Dieb. Ding. Polsterrüstung. Robert. Wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe. Okay, dann da eins zurück. Nächster Charakter. So, Klerikerin. Du sollst die Lederrüstung anziehen. Anlegen. Lederrüstung. Oh, und die Folge ist schon vorbei. Ich regle das mal in der Pause. Und dann sehen wir uns wohlgerüstet in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.